Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Heute mal wieder aus meinem schönen, schönen Trainingskeller. Ich habe mich hier wieder eingefunden, damit ich ein paar Übungen mache, die ich draußen nicht machen will. Bisschen Variation brauche ich ja immer. Also könnt zugucken, was ich gleich mache. Nachmachen, runter von der Couch, Sport machen. Nach dem Intro geht schon in die Musik und los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war mein heutiges Workoutprogramm, alle Übungen gemacht, mit mehreren Sätzen auch. Ich zeige aber natürlich nicht alles. Aber am Ende nochmal die Klimmzüge. Die scheiß Dinger. Die sind ganz schön kacke. Ich sage, cheerio Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Und runter machen. Äh, runter machen. Buh, runter vom Sofa, Sport machen. Das war eigentlich der Plan. Bis dann.